Wir wollen alle, dass unsere Hunde und Katzen gar nicht erst krank werden. Vorsorge ist dafür das wichtigste Stichwort. Und um die zu optimieren, klären wir heute die drei häufigsten Irrtümer rund um die Vorsorge bei Hund und Katze. Irrtum 1. Deutschland ist doch tollwutfrei. Also braucht man keine Tollwutimpfung mehr. Deutschland ist tatsächlich tollwutfrei. Der letzte Tollwutfall trat laut Robert-Koch-Institut bei einem Menschen 2007 auf. Da hatte sich ein Mann bei einem tollwütigen Hund in Marokko infiziert. Diese importierten Fälle kommen vor, sind aber sehr unwahrscheinlich. Diese Studie von 2016 berechnete die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Haustier hier bei uns in Westeuropa mit Tollwut ansteckt und kam dabei auf diese Zahl. Das ist ziemlich klein, ziemlich viele Nullen. Ist also ziemlich unwahrscheinlich. Dennoch empfehle ich dringend euer Tier gegen Tollwut impfen zu lassen. Denn Tollwut ist kein Schnupfen. Das heißt, wenn euer Tier sich mit Tollwut anstecken sollte, wird es in 100% der Fälle sterben. Und anders als bei uns Menschen sind Behandlungsversuche bei unseren Haustieren explizit verboten. Das ist in der deutschen Tollwutverordnung geregelt. Da heißt es, Heilversuche an verdächtigen Tieren sind verboten. Nicht nur das. Tiere nur mit Verdacht auf Kontakt zu Tollwut erkrankten anderen Tieren müssen euthanasiert werden. Es sei denn, sie sind geimpft. Dann ist alles safe. Also ist die Tollwutimpfung eine Risikoabwägung. Ja, es ist dank unserer Impfprogramme, gerade an Füchsen, sehr unwahrscheinlich an Tollwut zu erkranken. Aber wenn, dann folgt ungeimpft immer der Tod. Deshalb empfehlen Tierärzte in Deutschland, jedes Haustier gegen Tollwut impfen zu lassen. Irrtum 2 Zeckenschutz? Nur in der Zeckensaison. Dem stimme ich absolut zu. Zeckenschutz macht nur in der Zeckensaison Sinn. Nur, dass die Zeckensaison bei uns in Deutschland mittlerweile vom 1. Januar bis 31. Dezember geht. Durch den Klimawandel bedingt überleben Zecken immer weiter nördlich. Selbst in Nordschweden, mitten im Polarkreis, gibt es mittlerweile Zecken. Und da es hier bei uns immer mehr frostfreie Wintertage gibt, überleben Zecken nicht nur, sondern sind auch ganzjährig aktiv. Natürlich gibt es immer noch die gemäßigten Jahreszeiten, in denen Zecken aktiver sind als im Winter oder Hochsommer. Daraus darf man aber nicht ableiten, dass unsere Haustiere zu diesen Zeiten sicher sind. Das merken wir Tierärzte daran, dass die Zahlen an durch Zecken übertragenen Krankheiten immer größer werden. Anaplasmose, Leimborreliose oder Babisiose sind leider keine Seltenheit mehr und das ist wirklich schlimm. Das bedeutet, dass wir unsere Vierbeiner ganzjährig schützen müssen. Welches Mittel dafür in Frage kommt, ist individuell unterschiedlich. Beispiel. Zeckenschutzhalsbänder sind sehr zuverlässig und effizient. Es sei denn, man hat eine Wasserratte, dann wäscht sich der Wirkstoff im Halsband nämlich sehr schnell aus. Also am besten besprechen Sie mit der Tierärztin Ihres Vertrauens, welches Mittel zu Ihrer Lebenssituation passt. Hauptsache Hund und Freigängerkatze sind ganzjährig geschützt. Irrtum 3 Ich muss meine Freigängerkatze nicht kastrieren. Jede Freigängerkatze sollte kastriert werden. Muss kastriert werden, würde ich sogar sagen. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, unkastrierte Freigänger vermehren sich unkontrolliert und das kann ein echtes Problem werden. Gerade wenn ihr einen unkastrierten Kater habt, wird sich bald jede unkastrierte Kätzin über Nachwuchs freuen. Zweitens, unkastrierte Kater haben außerdem ein größeres Revier. Es konnte gezeigt werden, dass das mit einer höheren Chance auf einen Autounfall einhergeht. Macht ja auch Sinn, weil in einem größeren Revier mehr Straßen sind. Drittens, aber auch wenn ihr ohne Straßen irgendwo draußen auf dem Land wohnt, wird es sicher noch andere Katzen geben. Und da unkastrierte Katzen deutlich häufiger in Revierkämpfe verwickelt sind, steigt die Ansteckungsgefahr mit Katzenschnupfen oder FIV. Die sind nämlich über Speichel oder Blut übertragbar. Insgesamt habt ihr deutlich weniger Stress mit einer kastrierten Katze. Und ihr steigert nachweislich ihre Lebenserwartung. Bei dieser Untersuchung aus Großbritannien an über 4000 Katzen wurde gezeigt, dass unkastrierte Katzen im Schnitt 11 Jahre alt werden, kastrierte hingegen 15. Also lasst eure Katze vor dem ersten Ausflug nach draußen kastrieren. Am besten schaut ihr einmal im Jahr bei eurer Tierärztin vorbei und besprecht mit ihr, wie ihr euren Vierbeiner gesund und munter haltet. Das ist nicht nur gut für euren Hund oder eure Katze, sondern schon langfristig auch den Geldbeutel. Das ist nie. Untertitelung des Wownü Ribeiner des Margaret din und Möglichkeiten des könnt